Jesus trug die Strafe für alle deine Tatsünden, damit du Vergebung empfangen und geben kannst. Ich heiße Magdalena und wollte euch von einem Sieg Jesu am Kreuz erzählen, der gerade in meinem Leben sehr stark eingetroffen hat. Gott hat mich befreit von einer Unvergebenheit, wo ich keine Ahnung hatte, dass ich über so lange Zeit eine Unvergebenheit stecke. Das war über zehn Jahre lang eine Situation in meinem Leben, was ich immer wieder in meinem Gedächtnis, in meinen Gedanken, sogar in Träumen immer wieder hatte. Und ich dachte, es ist normal und es gehört wie zum Heilungsprozess. Und das war für mich, wo diese Erinnerungen kamen mit den ganzen Sachen, es war, als ob jemand mir zeigt, meine offenen Wunden, die ich anschauen muss, und wo jemand auch während der Operation ist, ohne Betäubung an mir und diese Operation hat kein Ende gehabt. Also ständig an Wunden herumgemacht und es war so schmerzhaft für mich und ich war so traurig darüber. Und ich dachte, es ist normal, dass ich diese Prozesse erlebe. Und was spannend ist auch, dass ich überzeugt war, ich habe diese Person, die mir Leid hinzugefügt hat, dass ich ihr vergeben habe. Und ich wusste auch, dass im Christentum ganz normal ist, sieben mal siebzig zu vergeben. Es ist genau der richtige Schritt. Und auch aus psychologischer Sicht ist es auch normal zu vergeben, weil du musst nicht mehr diesen Schmerz wie tragen oder nachtragen. Also ich wusste, ich habe diesen Schritt getan, dass ich gesagt habe, ich vergebe diese Person vom ganzen Herzen. Aber ich habe Gott da nicht mit einbezogen. Ich habe allein aus meiner eigenen Kraft das gemacht. Und immer wieder kam diese Situation in mein Gedächtnis, aber ich hatte nicht diesen Moment gehabt, der Befreiung, dass ich erlöst bin und dass diese Person wirklich freigelassen wurde. Das war nicht so. Und ich habe vor einem Jahr an LMDU, Leben mit dem Unsichtbaren, hier bei Kingdom Impact teilgenommen, an einer Schulung. Und zu dem Thema angstfreier Umgang mit Schuld. Und Gott erinnerte mich genau an diesem Tag über diese Situation. Diese Situation ist gerade an dieser Schulung hochgekommen. Und ich habe wieder drängend im Herzen gespürt, ich darf und ich soll diese Situation teilen. Und in mir hat sich alles dagegen gestreut, ich werde diese Situation nicht erzählen. In einer Gruppe, in einer Mentoringsgruppe, weil da sind ja fremde Menschen. Und ich war so mit Scham gefüllt und so mit Angst, dass ich danach, wenn ich das erzähle, mehr attackiert werde, von dem Teufel mit den Lügen, dass ich sowieso alleine bleibe, dass es sowieso keine Heilung gibt. Und diese Vorstellung über diese Schmerzen und diese Angst waren so groß, dass ich wusste, es ist für den Menschen unerträgbar, wenn ich das erzähle, diese ganze Situation. Und ich habe mich entschieden, gegen diese Gefühle dann zu handeln und gesagt habe, ich werde das dann aussprechen, weil da ist was, da ist was. Und als ich das geteilt habe, für mich war es sehr erschreckend, in der Mentoringsgruppe, wie unsere Mentoren gesagt haben, Magdalena, benenne die Schuld Schuld, dass das, was an dir getan wurde, wirklich Unrecht war. Und ich dachte, ich wollte das nicht tun, ich war so überzeugt, es ist nicht gut, das zu tun. Und dann wurden auch die Worte aus Sprüche 17, 15 zitiert, wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die sind beide dem Herrn ein Gräuel. Und dann war ich sehr stark mit Furcht vor Gott gefühlt, wo ich wusste, wow, das ist selbst, was Gott sagt, dass ich selbst diese Person freigesprochen habe, ohne dass Gott mit einbezogen war. Also ich habe mich selber zu Gott gemacht. Und Gott hat gesagt, ich bin der Gott und ohne mich kann das ja nicht geschehen. Und Jesus ist genau deswegen gestorben. Er hat Preis dafür bezahlt, damit ich vergeben kann. Und ich kann das nicht alleine. Und ich habe geglaubt, ich kann das alleine machen. Und dann habe ich die Worte auch von Gott gehört. Jesus ist für diese Sünden dieser Person gestorben. Jesus ist für jede Sünde hier auf dieser Erde gestorben, für jeden Menschen, auch für meine Sünden. Und ich hatte auch Eindruck gehabt in diesem Moment, wie Jesus wirklich stirbt am Kreuz für die Sünden dieser Person, und was die Person alles gemacht hat an mir auch, wo Leid, sehr starkes Leid war. Ich habe diese Sachen dann benennen können mit Mühe, aber ich habe es sehr gut benennen können. Und dann hat Gott mir gezeigt, dass Gott für diese Person auch gestorben ist. Und das war für mich so eine Kraft, so eine Befreiung, weil ich wusste, es ist nicht aus meiner eigenen Kraft, das bin ich nicht wegzutun, sondern aus der Kraft des Kreuzes. Und dann habe ich gesagt, in Jesu Namen vergebe ich vom ganzen Herzen der Person, weil du gestorben bist für sie. Und du bist gestorben für mich und für die ganze Welt. Und genau jetzt darf ich das loslassen. Und es war so krass, ich habe so sehr geweint in diesem Moment, weil ich wusste, alle diese zehn Jahre immer wieder, diese Gedanken, die waren auf einmal weg. Und seit diesem Moment an, ich habe gar keine Gedanken, schmerzhafte Gedanken mehr über diese Situation, nicht auch über diese Person. Ich kann der Person mit Freiheit, mit Freude und Frieden begegnen. Und die Operation ist auf jeden Fall zu Ende, weil Gott dafür bezahlt hat. Und es ist mächtig, was Gott tut. Und ich möchte dich auch dazu einladen, wenn du denkst, ich habe schon allen vergeben oder irgendwelche Situationen auch immer wieder kommen, zu sagen, Heiliger Geist, ich weiß nicht. Heiliger Geist, du weißt besser als ich, was in meinem Herzen vorgeht. Und diese krasse Unvergebenheit, mit der ich rumgelaufen bin und die mich gequält hat, wusste ich nicht, weil ich war überzeugt, als guter Christ, ich habe sofort vergeben. Frag einfach Gott, was er dazu sagt und nehme wirklich diese Kraft der Vergebung aus dem Kreuz und nicht aus dir selber, weil das funktioniert nicht. Das ist nur noch verzweifelt. Und deswegen sei ermutigt, wirklich mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit dem Gottvater, durch diese Prozesse durchzugehen und nicht alleine.